Salü, mein Name ist Tim Levert, Volleyball-Nationalspieler und von der Welt wieder in den nächsten letzten Wochen mit Informationen und Impressionen von unserer Vorbereitung für DM-Quali und WM-Quali an der European League. Also, schaut dran an Tims Blog! Grüezi zusammen aus der Schweiz, mir ist das nächste Training Hanna da ist, nachdem es man ja als lange Bus fährt, der Morgen nach der Woche, zuletzt bei Jou gesetzt haben, sind wir schon anscheinend, wenn wir eine Woche aufkommen. Um 7.30 Uhr hat man schon Fitness und noch Balltraining. Ich habe nicht vorher mal gesehen, dass die weggeschmieden sind und beendschweig sind, dass man so oft von unserem Star-Schlechter beginnt. Training gestern, viel gestern. Aber das Training war gut. Also, der Manns war nicht so und ich hatte mich voll Druck und ich hatte mich genau wissen, was da geht und ich werde mich das ganz machen. Ich hatte mich halt zusammen, das gefällt mir ganz gut und das verspricht für mich, für das nächste kleine Testmatch. schon die Schweizer National-Equipe. Und da gesehen wir effektiv, wo wir draußen sind. Wie gesagt, alles positiv. Alle, mich zunächst mal. Ciao.